Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Barbara von Minkwitz muss die Eltern der kranken Grete vor einer Dummheit bewahren. Vielleicht stirbt sie ja, wenn ich ihr nicht meine Niere gebe. Wie soll ich damit weiterleben? Das ist doch viel, viel schlimmer, wenn ich ihr dabei nicht helfe. Ich kann ja ihre Unruhe und ihre Ungeduld verstehen, da haben sie ja recht. Aber das ist strafbarer Organhandel, was sie machen, da landen sie im Gefängnis. Das war ein Geracker auf der Arbeit. Wir mussten vor allem einen Neubau, einen kompletten Inputz nochmal neu machen, das wird die ganze Woche dauern, glaube ich. Aber schaffst du den ganzen Stress schon? Ich meine, es ist gerade mal drei Monate her, dass du Grete deine Niere gespendet hast. Ja, wir haben ein paar Krankenbäder, wir müssen die anderen doppelt reinhauen, aber es geht schon, macht ihr keine Sorgen. Alles gut. Wo wir gerade bei Grete sind, wie geht es dir eigentlich? Ach du, der geht es eigentlich ganz gut. War heute Vormittag recht fröhlich. Ich glaube, der Alttraum ist langsam vorbei. Apropos, Grete, kommst du bitte, Essen ist fertig. Vorhin hat sie noch einen Mittagsschlag gemacht, glaube ich. Also sie lag auf jeden Fall im Bett. Jetzt noch? Ich gehe mal nachher schauen. Ich tue die schon mal auf, ja? Ja, bitte. Maus! Hey! Hey, mein Schatz. Sag mal, geht es dir nicht gut? Bist du immer noch so müde? Nein. Nein, ich mag nicht aufstehen. Sag mal, du glühst ja richtig. Jochen, kommst du mal bitte? Ramona und Jochen Schmitz bringen ihre Tochter Grete sofort ins Krankenhaus. Seit zwei Jahren quält die Zwölfjährige ein schlimmes Nierenleiden. Nachdem Medikamente nicht mehr anschlugen, spendete Jochen eine seiner Nieren. Doch die Spende brachte nicht den erhofften Erfolg. Ja, wir haben nur alle Untersuchungen abgeschlossen. Aber ich muss Ihnen leider sagen, dass Gretes Körper die Niere Ihres Vaters tatsächlich abgestoßen hat. Nein. Wir müssen sie heute wieder entfernen. Nein. Es tut mir wirklich leid. Aber ich hatte Ihnen ja bereits im Vorfeld gesagt, dass so etwas durchaus passieren kann. Dadurch, dass Gretes Körper die Niere ihres Vaters als Fremdkörper wahrnimmt, ist eine Art Entzündungsreaktion ausgelöst worden. Deshalb braucht der Temperaturanstieg bei Ihrer Tochter. Aber sie hat doch extra Medikamente dagegen bekommen. Das ist richtig. Sie hat abwehrschwächende Medikamente bekommen, damit ihr Körper sich nicht gegen die Niere wehrt. Aber ihr Immunsystem ist damit ja nicht komplett ausgeschaltet. Das ist alles nur meine Schuld. Schließlich hat sie von mir diese blöde Zystenniere geerbt. Schatz, hör auf. Du kannst ja wenigstens dafür. Herr Professor, was passiert denn jetzt mit Grete? Na ja, sie muss dreimal wöchentlich für etwa vier Stunden an die Dialyse. Und es ist so, dass ihre eigene Niere es eben nicht schafft, die Giftstoffe aus dem Körper zu transportieren. Die vielen kleinen, mit Flüssigkeit gefüllten Zysten verhindern den Abtransport der Giftstoffe. Was haben wir jetzt noch für Möglichkeiten? Na ja, sie braucht dringend eine neue Spenderniere. Ich habe sie bereits heute auf die Warteliste der Organspendestiftung gesetzt. Aber ich muss Ihnen leider sagen, dass es Jahre dauern kann, bis eine geeignete Niere für Grete gefunden wird. Aber ich könnte ihr doch eine Niere von mir spenden. Ich habe doch noch beide. Was? Du? Dann hast du auch nur noch eine Niere. Ja, und? Ich meine, man kann immer noch mit einer leben. Das macht ihr doch auch. Es ist natürlich problemlos möglich, wie Sie wissen, mit nur einer Niere zu leben. Die Gefahr, dass der verbleibenden Niere irgendwas passiert, die ist genauso niedrig oder hoch wie bei jemandem, der beide Organe besitzt. Wir haben ja da bereits im Vorfeld von ihrer Spende drüber gesprochen. Ich meine, schon richtig, aber jetzt sollten wir in Ruhe drüber nachdenken. Wozu? Grete ist meine Schwester. Ich will ihr helfen. Das ist natürlich eine sehr schwerwiegende Entscheidung. Wie Sie vielleicht von der Transplantation Ihres Vaters wissen, wird sich ein Psychologe der sogenannten Lebensspendekommission dann mit Ihnen in Verbindung setzen und ein Gutachten erstellen. Es geht insbesondere darum, ob Ihre Psyche in der Lage ist, ein Organ zu spenden und insbesondere Ihre Schwester. Der Psychologe entscheidet das dann aber nicht allein, sondern zusammen mit einem Richter und einem Arzt, der wiederum die Befunde unserer Klinik ansieht. Ja, das kenne ich schon alles von meinem Vater. Ich möchte das wirklich, wirklich machen. Hanna, bist du dir wirklich sicher? Ich meine, das ist ein Rieseneingriff. Absolut. Mann, ich will nicht, dass Grete stirbt. Ich will ihr helfen. Vier Tage später hat Hanna alle medizinischen und psychologischen Tests hinter sich gebracht. Nun wartet die Familie ungeduldig auf die Zustimmung der Lebensspendekommission. Je ein Arzt, ein Richter und ein Psychologe entscheiden, ob Hanna als Spenderin in Frage kommt. Und, ist irgendwas Interessantes dabei? Ähm, ja. Der Brief von der Kommission ist dabei. Mach ich schneller jetzt. Ja. Ja und, kann es jetzt losgehen? Aus medizinischer Sicht ist alles in Ordnung. Der Arzt stimmt einer Transplantation zu. Ja, das klingt doch super. Ich denke, da gibt es doch unten ein Aber. Ja, aber der Psychologe Dr. Kuhn stimmt im jetzigen Stadium bei Transplantation eben nicht zu. Was? Warum das denn? Was? Und was bedeutet dieses im jetzigen Stadium? Er glaubt, dass du dir der Tragweite einer Spende zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht bewusst bist. Es besteht die Möglichkeit einer schweren Depression, falls Grete deine Niere auch noch abstößt. Er glaubt, dass du dich dann schuldig fühlen wirst und glaubst, versagt zu haben. Boah, wie kommt der denn darauf? Was labert der denn bitte für einen Müll? So groß ist der Müll nicht. Also ich hab das Ganze schon hinter mir und das war keine leichte Geschichte. Ich will dir doch nur helfen, Mann. Was labert dieser Psycho eigentlich denn bitte für eine Scheiße? Hanna, ja, beruhig dich. Ich meine, wir sind wirklich dankbar, dass du das alles auf dich genommen hättest. Wirklich. Moment mal, hier steht, dass der Psychologe noch eine abschließende Stellungnahme von uns haben möchte, bevor er sein endgültiges Votum fällt. Das bedeutet doch, dass dann keine Entscheidung getroffen ist. Ja, ich meine, der Psychologe fällt die Entscheidung nicht alleine, sondern mit dem Arzt zusammen, der deine Unterlagen gesichtet hat. Und mit einem Richt. Ja, aber dann können wir denen doch einfach schreiben, dass sie sich irren. Süßi, hör mal. Ähm. Bist du dir wirklich im Klaren darüber, was es bedeutet? Du hast aber danach nur noch eine einzige Niere. Und wenn du dir auf die angewiesen bist und die nicht mehr funktionieren sollte, weißt du, was du da entscheidest? Hanna, Papa hat recht, wirklich. Ich meine, natürlich wollen wir, dass Grete wieder gesund wird. Das ist unser größter Wunsch. Aber wir haben eben auch Angst um dich. Ja, aber guck doch mal. Ich passe dann einfach besser auf mich auf und ernähre mich gesünder, ist nicht mehr so viele Chips und so. Ich meine, ich kann hier doch nicht einfach nur rumsitzen mit zwei gesunden Nieren und dabei zugucken, wie es Grete immer schlechter geht. Dann werden wir den Psychologen vom Gegenteil überzeugen. Dann können wir uns ja einfach vielleicht einen Anwalt suchen, der kann uns helfen und vielleicht auch ein paar Tipps geben. Aber jetzt habe ich erst mal tierischen Hunger. Haben wir noch irgendwas Gesundes zu essen zu Hause? Obst. Na, ich gucke lieber im Kühlschrank. Warte, ich helfe dir. Ich würde alles für meine Schwester tun. Ich habe sie total lieb. Und ich meine, wir haben uns auch immer gut verstanden und immer viel miteinander gemacht, auch viel Sport. Aber seit zwei Jahren geht das nicht mehr. Sie muss unbedingt gesund werden. Die vorläufige Entscheidung des Psychologen ist ein Schock für die Familie. Auf Bitten von Hanna hat Jochen für den nächsten Tag einen Termin mit Anwältin Barbara von Minkwitz vereinbart, um sich rechtlich beraten zu lassen. Die Familie hofft, dass die Juristin weiß, was nun zu tun ist. Ja, Herr Schmitz, Sie hatten ja im Vorfeld gestern zur Vorbereitung des Termins schon darauf hingewiesen, wie groß die Notlage der weiteren Tochter der Grete ist. Und deswegen will ich auch gar keine Zeit verlieren und möglichst schnell zur Sache kommen. Wer hat denn diesen Brief von der Lebensspendekommission? Hanna Hanni. Hanna, können Sie mir den mal geben? Also, Sie können mich auch gerne nutzen. Ach, das ist nett. Mach ich gerne. So, dann will ich mal gucken, was die hier schreiben. Es ist so, ich meine, es ist gesetzlich vorgesehen, die müssen, gerade wenn Angehörige spenden wollen, die muss diese Kommission eingeschaltet werden und prüfen. Ja, hier steht, dass dieser Dr. Kuhn davon überzeugt ist, dass ich depressiv dadurch werden könnte. Und Sie müssen uns wirklich unbedingt helfen, weil ich weiß gar nicht, was ich denen schreiben soll. Und nachher lehnen die mich dann trotzdem noch ab. Das machen wir jetzt alles zusammen und das besprechen wir in Ruhe. Setz dich mal wieder hin, Hanna, wir schaffen das. Ich muss bloß mal eben das Schreiben zu Ende lesen. Das ist so, dass so eine Kommission verpflichtet ist, dich anzuhören. Gerade bei Angehörigen ist das besonders wichtig, weil die oft aus reiner Liebe Organe spenden und gar nicht wissen, was sie sich selber damit antun und das manchmal später bereuen oder auch sehr darunter leiden. Ich meine, ich bin doch froh, wenn Grete meine Niere haben kann. Und ich bin gerade auch die Einzige, die auch noch irgendwie helfen kann. Ja, wissen Sie, ich habe meiner Tochter diese Krankheit vererbt und habe selbst auch nur noch eine Niere. Und dadurch, dass Jochen jetzt auch gespendet hat und Grete die Niere abgestoßen hat, hat er eben auch nur noch eine. Wir haben jetzt von der Situation, dass ihre Schwester eine Niere spenden möchte, aktuell noch nichts erzählt. Weil die Möglichkeit ja immer noch besteht, dass das Ganze irgendwie aus irgendwelchen Situationen nicht zusammenkommt. Und so wie es momentan aussieht, scheint das der Fall zu sein, dass die Möglichkeit nicht besteht. Also ich finde Ihr Verhalten erstmal sehr klug, um das vorauszuschicken. Und Sie haben recht, es ist jetzt hier erstmal eine vorläubige Entscheidung der Kommission. Und das ist ganz wichtig, da können wir einhaken, da haben wir ein Recht zur Stellungnahme. Aber das haben wir nachher nicht mehr, weil es gegen die Entscheidung der Kommission auch keine Rechtsmittel gibt. Und deswegen ist es wirklich verdammt wichtig, dass wir diese einzige Chance nutzen, uns da gut beraten und die Sache ganz genau auf den Punkt bringen. Natürlich wäre es schrecklich, wenn Grete die Niere abstoßen würde. Aber ich meine, irgendwie würde ich auch schon damit klarkommen. Es wäre doch wirklich viel schlimmer, wenn sie die Niere von mir nicht bekommen könnte und dann wahrscheinlich ewig darauf warten müsste. Vielleicht schafft sie das einfach nicht mehr. Ich meine, ich kann sie retten. Diese Chance müssen wir wirklich nutzen. Ich meine, es kann doch auch alles gut werden. Also Hanna, Kompliment. Ich finde das wirklich großartig, was Du für eine Einstellung hast. Und ich finde das für Dein Alter mit 18 Jahren extrem reif. Und ich denke, wir können uns jetzt hier alle viel den Kopf zerbrechen und Sie haben das schon genug getan. Ich werde einfach mal versuchen, dass ich ganz schnell einen Termin mit dem Dr. Kuhn kriege, mit dem Psychologen und mit dem spreche. Und dann wissen wir genau, wie es weitergeht. Und dann informiere ich Sie und dann beraten wir uns. Ich bin echt froh, dass die Anwältin uns hilft. Würde ich jetzt nichts unternehmen, dann würde ich mir wahrscheinlich ewig Vorwürfe machen. Und ich will doch schließlich für Grete da sein. Aber mit der Anwältin schaffe ich das bestimmt. Hanna hat neuen Mut geschöpft. Sie ist mehr denn je entschlossen, Grete zu helfen und besucht sie direkt im Anschluss mit ihren Eltern im Krankenhaus. Hallo Herr Professor Lange. Wir wollten gerade zu Grete. Wie geht's ihr denn? Den Umständen sprechen gut. Sie ist ein sehr taffes Mädchen. Und macht auch schon wieder Witze. So kenne ich meine Kleine. Ja, die ist natürlich durch die Dialyse noch geschwächt, aber sie ist wach. Ich war gerade noch bei ihr. Wir haben gestern die Einschätzung des Psychologen von der Kommission bekommen. Wie ist die ausgefahren? Ja, also medizinisch gesehen würde alles klar gehen. Aber der Psychologe ist halt der Meinung, dass ich depressiv werden könnte, falls Grete die Niere nicht annimmt, so wie mein Vater. Aber wir haben jetzt einen Anwalt eingeschaltet und der wird dann nochmal mit dem Psychologen reden. Das ist natürlich eine sehr schwere Situation. Aber ich wünsche Ihnen, dass der Psychologe doch noch einer Spende zustimmt. Sie wissen ja, wie lang die Wartezeiten für Spendenieren sind. Gretes Zustand ist zwar stabil, aber das kann sich leider auch jederzeit ändern. Halten Sie mich bitte auf den Haufen mit mir. Machen wir. Wiedersehen. Sehr gerne. Tschüss. Hey Maus. Hallo. Na, wie geht's denn dir? Ich bin so weh da. Ach ja. Dabei ging es mir noch so viel besser in den letzten Tagen. Süß, das tut mir alles so leid für dich. Am liebsten würde ich doch noch meine zweite Niere geben, das weißt du, oder? Kannst ja nichts dafür. Aber kann ich wieder noch rauskommen? Maus, das dauert noch ein paar Tage. Du kriegst auch noch so oft Dialyse. Es ist besser, wenn du einen Arzt um dich rum hast. Aber ich vermisse euch so und hier ist es so langweilig. Halb geht's dir besser, versprochen. Wirklich? Na ja, also ich würde dir gerne eine meiner Nieren spenden. Echt? Geht das? Der Arzt meint es dort noch, bis ich eine neue Nierung bekomme. Ja, aber würdest du sie von mir bekommen, dann ginge das alles viel schneller. Deine Schwester hat ein paar Tests machen lassen. Wir warten auf die Ergebnisse. Und wenn das alles gut ausgeht, so wie ich denke mal schon, dann kommst du wieder mit nach Hause, bist gesund und alles wird gut. Oh, cool. Danke. Komm, trägst du dir? Erstmal was. Danke schön. Wir wollten ihr ja eigentlich keine falsche Hoffnung machen, aber sie sah einfach so traurig aus. Da musste ich sie einfach erzählen. In der Zwischenzeit sucht Barbara von Minkwitz den Psychologen der Lebensspendekommission Dr. Michael Kuhn auf. Die Juristin möchte erreichen, dass Dr. Kuhn seine vorläufige Entscheidung noch einmal überdenkt. Bitte haben Sie Verständnis, dass ich mir nicht so viel Zeit nehmen kann für Sie, weil ich stehe unheimlich unter Termin um. Das kenne ich sehr gut, dann komme ich gleich zur Sache. Ich hatte ja am Telefon schon angedeutet, dass ich die Anwältin von Hanna Schmitz bin, der Schwester von Grete, die die Zystenlehrer hat. Und da ist ihre vorläufige Entscheidung in der Welt und über die sind wir sehr unglücklich. Das ist der Grund meines Besuchs. Sie haben recht, da existiert eine vorläufige Entscheidung, eine Tendenz ist das mehr oder weniger. Ich bin der Meinung, die Hanna ist vor fünf Wochen gerade mal volljährig geworden, noch nicht erwachsen, volljährig. Ich denke, sie kann die Tragweite noch nicht übersehen. Ja, da ist bloß das Problem, dass Sie strenger sind als der Gesetzgeber und das gesamte Parlament, die haben das Transplantationsgesetz beschlossen und danach kann man ab 18 für eine Organspende selber eintreten. Formal haben Sie recht. Aber der Gesetzgeber hat ja auch die Lebensspendekommission ins Leben gerufen. Und die hat ja einen guten Grund. Da sollen ja unabhängige Menschen, ein Richter, ein Mediziner, ein Psychologe, die sollen entscheiden, ob diese Transplantation zu Schäden führen könnte bei den Spendern. Ja, Dr. Kuhn, das glaube ich Ihnen. Das ist auch sehr ehrenwert und die Lebensspendekommission, die hat bestimmt Ihren Grund. Aber ich würde schon sagen, nach meinem Eindruck, nicht nur nach meinem, ist die Hanna für ihre 18 Jahre wirklich extrem reif. Das mag ja subjektiv so sein. Aber verstehen Sie doch bitte, aufgrund meiner beruflichen Erfahrung stelle ich immer wieder fest, dass solche Situationen, solche Lebensspendensituationen immer wieder zu der Möglichkeit führen können, dass Depressionen entstehen. Wir dürfen noch nicht vergessen, Grete hat ja schon eine Abstoßung hinter sich. Und wenn von Hanna die Niere auch abgestoßen wird, entstehen bei beiden Mädchen große Schuldgefühle. Aber wissen Sie, ich meine, nun hat die Hanna ja wirklich auch schon ganz genau mitgekriegt, dass Grete die Niere ihres Vaters abgestoßen hat. Frau von Minkwitz, es gibt noch einen weiteren Aspekt, der zu meiner Entscheidung führen könnte. Ich sehe die Eltern. Sie werden nicht direkt den Druck ausüben auf Hanna, aber ich denke, dass Hanna diesen psychischen Druck der Eltern spürt. Die wollen diese Spende. Ich muss Ihnen doch nicht erzählen, die Wartelisten für Niere, das dauert vier bis fünf Jahre. Das heißt, wenn Sie jetzt nicht zustimmen, dann besteht doch akute Lebensgefahr für Grete. Und ich meine, was ist denn der Tod von Grete dann erst für ein Trauma für Hanna? Das ist doch überhaupt nicht wieder gut zu machen. Das sind schlimme Argumente, die Sie anführen. Das stimmt, aber ich habe einfach die Tendenz im Moment, dass ich das ablehnen muss, dass die Spende durchgeführt wird von Hanna. Ich glaube, dass es für Sie ein Vorteil ist. Also ich bitte Sie, Dr. Kuhn. Ich meine, das geht um das Leben eines zwölfjährigen Mädchens. Es ist doch noch keine Entscheidung gefallen. Lassen wir uns doch erstmal noch den Termin mit der Lebensspendekommission abwarten. Dann werden wir mal alle hoffen, Dr. Kuhn. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie Zeit gefunden haben und bitte überlegen Sie Ihre Position nochmal. Die anderen beiden Herren sind anderer Meinung. Danke Ihnen. Wiedersehen. Ich will die fachliche Kompetenz jetzt gar nicht beurteilen, aber ich kann Dr. Kuhn auch inhaltlich nicht folgen. Immerhin geht das hier um das Leben von Grete, um das Leben eines Mädchens. Und deswegen werde ich jetzt alle Hebel in Bewegung setzen, damit Grete die Niere ihrer Schwester kriegt. Um dahin zu gelangen, brauche ich unbedingt ein psychologisches Zweitgutachten. Das werde ich jetzt in Auftrag geben und der Kommission rechtzeitig vor ihrer Entscheidung vorlegen. Hey, willst du los? Ja, ich treffe mich gleich noch mit Sarah. Soll ich dir mal eben helfen? Ja, das war super. Das war doch komplett die falsche Pumpe, aber ich glaube, ich kriege das mit da hin. Was ich dir auf jeden Fall noch sagen wollte, ist, wie du mit der ganzen Situation gerade umgehst, finde ich extrem toll und sehr erwachsen von dir. Und auch wie du deiner Schwester helfen willst, finde ich echt super. Ja klar, ich meine, muss ich ja. Ich möchte unbedingt, dass Grete wieder gesund wird. Dass Grete wieder gesund wird, wollen wir natürlich alle. Aber ich will, dass du da auch in Ruhe drüber nachgedacht hast. In letzter Zeit war es alles ein bisschen hektisch und nicht alles ein bisschen schnell. Ich hoffe, dass du lieber die Tragweite im Klaren bist. Fängst du jetzt auch noch damit an? Süße, verstehen wir nicht falsch. Ich habe das Ganze hinter mir. Und ich weiß, was es bedeuten kann, wenn deine Schwester die Niere abstößt. Ja Mann, Papa, ich finde das doch auch alles scheiße. Aber ich möchte auch probieren, ihr zu helfen, genauso wie du es getan hast. Wir stehen voll und ganz hinter deiner Entscheidung. Darum geht es nicht. Wir haben gemeinsam entschieden und so soll es auch sein. Ich möchte nur nicht, dass du das Gefühl hast, nur weil du eine gesunde Niere hast, dass du die spenden musst. Darum geht es nicht. Mann, Papa, ich weiß doch genau, was ich tue. Ich kann ihr helfen und das werde ich auch machen, egal was ihr dazu sagt. Ich zweifle nicht daran, dass du weißt, was du tust. Ich mache mir einfach Sorgen um dich. Was passiert, wenn sie wirklich die Niere abstößt und du dann im schlimmsten Fall zum Psychologen musst? Ey, Papa, hör auf mit diesem scheiß Psychogelaber. Das ist doch nicht dein Ernst. Es gibt eventuell auch noch andere Möglichkeiten. Bleib doch ruhig. Ja, Papa, ich bin nicht dumm. Ich habe mir schon meine Gedanken darüber gemacht und ich werde es machen, egal was ihr dazu sagt. Lass uns doch bitte mal in Ruhe darüber sprechen. Nee, Mann. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses ganze Gequatsche. Ich werde Grete meinen Niere spenden und fertig. Ich meine, natürlich habe ich auch Angst, aber es wird diesmal schon alles gut gehen. Ich meine, so viel Pech kann eine Familie auch nicht haben. Doch da täuscht sich Hannah. Denn es kommt noch schlimmer. Als sie zwei Stunden später von ihrer Freundin zurück nach Hause fährt, um sich dort mit Barbara von Minkwitz zu treffen, verunglückt Hannah schwer. Eine Autofahrerin hat die 18-Jährige auf ihrem Fahrrad übersehen. Der Rettungswagen ist wenige Minuten später vor Ort. Gott, was ist denn jetzt mit dem Mädchen? Wird sie sterben? Nein, 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 so schnell stirbt man nicht. Keine Sorge, wir kümmern uns rum und das kommt alles wieder in Ordnung. Ja, immer mit der Ruhe. Können wir noch irgendwas tun? Nein, im Moment nicht. Ich verzeige, ich habe alles beobachtet. Ja, das können Sie dann gleich bitte den Kollegen von der Polizei erzählen, die sind schon unterwegs und dann sprechen Sie gleich mit den Kollegen bitte, ja? Können wir jetzt noch irgendwas tun? Nein. Wissen Sie was, kommen Sie einfach mal mit rüber. Setzen Sie sich am besten in Ihr Auto, ganz ruhig atmen Sie einmal tief durch und wir kümmern uns und es kommt alles wieder in Ordnung, ja? Fünf Minuten später treffen die Polizei und Hannas Eltern ein. Barbara von Minkwitz begleitet Ramona und Jochen. Sie war bereits bei den Schmidts zu Hause, als diese benachrichtigt wurden. Alle sind geschockt und in großer Sorge um die 18-Jährige. Oh Gott, Hannah, was ist denn passiert? Oh, das geht schon. Sie sind die Eltern? Ja. Ihre Tochter hatte ganz kurz das Bewusstsein verloren, aber es sieht wirklich gut aus im Moment. Also ich denke, bis auf die Schürfwunden und den Schrecken wird sie keinen Schaden davongetragen haben. Gott sei Dank. Ja, also sie hat wirklich großes Glück gehabt. Es hätte wirklich viel, viel Schlimmeres passieren können. Wir nehmen Sie jetzt aber nochmal mit ins Krankenhaus und lassen Sie nochmal durchtracken, nur um sicher zu gehen, ja? Ja. Mein Gott, das ist so ein Schrecklinger. Es tut mir voll leid, ich habe auch wirklich voll aufgepasst. Aber die Autofahrerin, also die hat die Schuld auf sich genommen, keine Ahnung, die kam da und weiß nicht. Das klären wir alles, das ist überhaupt kein Problem. Hauptsache du wirst erstmal wieder gesund. Tut dir denn was weh, Hannah? Das ist für mich ein bisschen zittrig. Aber Sie haben doch mit dem Psychologen geredet und was hat er denn jetzt gesagt? Das spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Hauptsache du wirst erstmal gesund und kommst ins Krankenhaus. Doch, wirklich, ich muss es wissen, hat mir der Spender zugesagt. Ach, Hannah, du bist aber echt hartnäckig. Der Psychologe ist bei seiner Meinung geblieben. Und deshalb ist es für uns ganz wichtig, ob du bei deiner Meinung auch geblieben bist, ob du weiterhin überzeugt bist, dass es richtig ist, eine Niere zu spenden. Denn ich meine, der Psychologe hat schon ein paar ganz vernünftige Gründe. Du bist mit 18 sehr jung. Ich bin mir wirklich zu 1000% sicher. Ich meine, es gibt für mich nichts Schlimmeres, als helfen zu können, aber nicht zu dürfen. Das kann ich ja verstehen. Aber weißt du, gerade dieser Unfall, der zeigt ja auch, was passieren kann. Stell dir mal vor, du hättest nur noch eine Niere und die würde bei einem Unfall verletzt. Das muss man alles mit einbeziehen in die Überlegung. Ja, aber ich meine, meinen Nieren geht es ja gut. Da ist ja jetzt nichts passiert und man weiß doch nie, was im Leben so passiert. Die Einstellung gefällt mir. Ja, dann müsste ich umdenken. Dann müssen wir was ganz anderes machen. Dann brauche ich ein Gegengutachten, werde einen Psychologen suchen. Der das schreibt. Und dann musst du dem allerdings noch mal deine ganze Geschichte erzählen. Und wenn der Psychologe zu der Auffassung kommt wie wir, dass du das kannst und reif genug bist, dann lege ich das Gutachten der Kommission vor. Und dann kann die Kommission bei ihrer Entscheidung nicht über dieses Gutachten hinweggehen. Das klingt doch gut. Ja? Okay, sobald ich einen Termin habe, melde ich mich und dir erstmal alles Gute. Ja, vielen Dank. Nicht zu danken. Wir müssen dann auch los. Ja, kann ich verstehen. Das war ein furchtbarer Schreck für die Eltern. Aber ich freue mich so, die Hanna ist genauso tapfer wie ihre Schwester. Ich muss jetzt sehen, dass ich einen Gutachter finde für das Zweitgutachten. Und ich habe da schon die Frau Mayer im Auge. Die hat nämlich selber früher für die Lebensspendekommission gearbeitet und genießt da ein großes Ansehen. Und wenn die zu der gleichen Auffassung kommt wie wir, dass Hanna reif genug ist, dann ist das für die Kommission schon ziemlich zwingend. Die Sache hat bloß einen Haken. Die Frau Mayer ist eine Koryphäe und auf Monate ausgebucht. Aber ich habe da noch was bei ihr gut. Und ich habe da noch was bei ihr gut gemacht. Und ich habe da noch was bei ihr gut zu zeigen. Und ich habe da noch einiges clarity für mich. Vielen Dank.